Guck mal hinter dir. Ja guck mal hinter dir, wirklich. Keine Munition mehr, ey. Ich hab keine Munition mehr. Hinde einen richtig auf den Sack. Jetzt muss ich mal Waffe wechseln, Autosniper. Mach mal. Ich bin die mit. Ah guck mal, der Laser geht wieder los. Oh, ist doch hoch. Komm doch nicht hoch. Ah, jetzt. Fuck. Hat drüber gekluckt. Alter, kann ich nicht zielen, oder was? Ich denke auch gerade nicht wirklich. Ja, hat man keine Munition mehr, fisch dich. Oh, oh. Ja. Ah, cool. Munstein. Ich brauche Leben. Munstein, sich auf Flieg. Das war noch, dass ich noch keine Sperrung dafür bekomme, wenn er die ganze Zeit klappt, wie er seine Musik ausspielt. Ich glaube, das ist, wenn ich extra für das Spiel noch. Und das gibst du nicht. Alter, diese Mistviecher da. Die Mistviecher nicht. Das ist so mies, ne? Treffen Tor, hätte ich schon. Ah, ich hab gesehen, ich bin gerade nur aufs Level. Die Mistviecher vermehren die sich reichlich. Das ist der Inland zur Stingray-Fabrik. Kannst du mir Zugriff zur Tor-Konsole verschaffen? Das war eine rein rhetorische Frage. Ich meinte, verschaff mir den Zugriff. Ja, ja. Sehr ruhig. Alter Schwede, ey. Vor allem ist das neffig, wenn das immer so ein bisschen ein Leggen ist. Das liegt bei mir gar nicht. Bei mir schon. Wir haben ein Problem. Das Sicherheitssystem ist ziemlich heftig. Also... Oh oh. Okay. Sorry, ich mache uns die Tür auf. Kümmere du dich um die Geschütze. Alter. Ja. Äh, ich hole einfach da mal. WTF hinter uns! Ich hab die Geschütze gehabt. Sie feuern jetzt nur noch auf Talks. Okay. Ich krieg dieses starrische Ding auf. Okay. Hey Kinder, wie geht's da unten? Aber es geht ihr euch gut? Du hast alles nach Plan mit der Robot-Armee, hm? Keine Munition mehr. Ich bin so versichtlich, dass die Robot-Armee so gut wie fertig ist. Supi, dann also bis bald. Ich hab da noch letztens mal voll gekauft. Jetzt hab ich fast auch keine Munition mehr wegen diesen Scheißdingern hier. Hehe. Hm. Was müssen wir machen? Runter, oder was? Hm? Hä, wo müssen wir denn hin? Folk-Basiliske war da unten. Oder müssen wir hier warten? Oder müssen wir hier warten? Das ist es nicht. Ach, überlebe, ja. Ja, bis sie fertig ist, ne? So. So. Hm. Wow. Wo ist das denn? Ach da. Aha. Dann. Hui. Einmal mal alles ganz schnell öffnen. Geh weg da. Oh-oh. Boah. Scharmant. Anscheinend haben Skafs-Präsidenten und der Errichtung der Trox fernzuhalten. Folge dem Kabel. Mal sehen, ob wir es deaktivieren können. Boah. Hauptsicherungskasten angeschlossen sein. Folge ihnen. Sie zeigen uns... Ja, und gleich kommen irgendwelche Viecher wieder. Ja, klar. Oh. Okay, abwarten. Nicht gierig sein heute. Ich würde nur die oben nehmen. Verbraucht drei Schüsse. Was haben wir hier? Das Schild ist langweilig. Ich muss auf meine Plätze achten. Ich wollte mein Inventarsfall. Ja? Ja. So. Dann nehme ich das mit. Fehler. Schön. Ja, ich muss gerade Tokens verteilen. Ja, mach mal. Ja, mach mal. Und dann tue ich meine Waffen wieder rein. Aha. Ja. Ähm. Wenn das abschaltet, ne? Ja. Hab schon. Dann denke dran, da hinten war noch, ähm, ne Kiste. Hm. Lass uns da hinten erstmal hin. Ja. Warum meinst du, dass das so ist? Ja, guck da, wo die Kabel angehen. Hier ist Metzeln angesagt. Na, Metzeln? Ja, das ist für mich. Äh, ich hab die, äh, Zeit, dass ich brauche Deckung. Nö. Ciao. Wieso brauchst du Deckung? Ich hab die Waffe nicht ausgewählt. Na, jetzt hab ich's ja. Ich hab ganz schnell nach hinten gesprungen. Ui. War ich selber. Hab schon. Keine Munition mehr, fuck. Na, Raketen mehrfach? Ja, ja, ich hab noch genug Waffen. Ach, hier. Die nicht wirklich so gut sind, aber das ist gar nichts. Besser als gar nichts. Ja, ich schmeiß immer Granaten mittlerweile schon. Hier gibt's Medikets. Oh mein Schild, das geht so schnell runter. Du kleiner Robotschef, oder wie? Lalalalalala. Warum bist du so still heute, was los? Nö, warum? Keine Ahnung. Nö, also, ich bin heute nicht still. Ich konzentriere mich heute nur zu viel. Komischerweise. Hallo. Äh, hier. 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 Oh, ich darf da nicht so nah dran. Hm? Meine Granaten. Die rasten so aus immer. Siehste? Implosion. Der auch. Alter was ist mit euch denn los? Implosion. das hat mich wohl getroffen ja warum versteckt sich denn da hinter der arsch ja ich hab ihn da hingeboxt oh bad ass ich aktiviere einfach egal was kommt ist egal ich sterb gleich selber alter also jetzt heute los ist der level 15 aber wir müssen dass man da hinten noch hin oder ich wollte gerade mal ich hab mal geht mehr fertig kann ich mal verkaufen ich wollte gucken waffen mäßig aber ich habe keine munition mehr ja wenn wir gerade an ganz schnell zu schießen und wir müssen nicht eigentlich normal ja das kabel ich will das kabel deaktivieren wegen dem waffen haben wir doch ja was deaktiviert komische kabel hier oben an der decke den haste da jetzt ist er deaktiviert da waren zwei stück ist er jetzt ist nämlich da offen komisch dachte ich bin was schade 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 schokolade ich dachte das jetzt irgendwas schade warte schade 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 schokolade warum schießt du mich an ist mir nur egal du bist ein hässlicher roboter was soll ich mal wieder meine fähigkeiten machen ja gut die fähigkeiten sind manchmal weißt du überwiegend von wir verschießen mehrmals munition also dafür kann ich aber nicht so hoch ist doch bestimmt irgendwas natürlich hoch gekommen ich muss hier mal mein fuß eingeschlafen muss laufen ich bin ganz normal gelaufen hier vorne ja außerhalb der atmosphäre ja auch schon wieder ey ich glaub das ding hier drin hier ist was für dich oben wie klug hier aufgerissen da haben wir nämlich eben entgegen geflogen alle geschwindigkeit also das ist nicht gut ladegeschwindigkeit habe ich zum beispiel auch 16 prozent was habe ich denn drinne ich habe team gesundheit plus 1,1 so maximal gesundheit ok das kann weg bei hätte sie und und die verdammten dass ich nicht das bin was ich vorgebe ja bei b d